Ich war in einem Geschäft zum Einkaufen unterwegs, als mein Blick schon von Weitem von einem Gegenstand angezogen wurde, der funkelte und glitzerte. Ich machte mich auf den Weg zu diesem Regal und ich fand dieses Herz. Es war nicht anschmiegsam in meiner Hand, es war eher kratzig, aber es funkelte in vielen Facetten. Und das kam daher, dass viele kleine Glasstückchen wieder neu zusammengefügt worden waren, wie ein Mosaik und ein Funkeln und ein Strahlen hatte, was wirklich den Blick auf sich zog. Und ich erinnerte mich daran, dass ich mit Menschen gesprochen hatte, die mir sagten, mein Leben ist wie ein einziger großer Scherbenhaufen. Aber als ich dieses Herz in der Hand hielt, hörte ich, wie der Herr genau über diesen Scherbenhaufen, den die Leute beschrieben hatten, zu mir sprach. Und er sagte, er will diesen Scherbenhaufen wiederherstellen. Er möchte, dass dein Herz wiederhergestellt wird. Wenn du aus diesen Erfahrungen kommst, wo Verletzungen, wo Dinge in deinem Leben entstanden sind oder die du durchlitten hast, wenn da wirklich Dinge zerbrochen sind, will er sie wiederherstellen. Der Herr ist an deinem Herzen interessiert. Vom Anfang bis zum Ende der Bibel lesen wir, dass Jesus und dass Gott an deinem Herzen interessiert ist. Dass der Heilige Geist in dein Herz ausgegossen ist. Er möchte dein Leben wiederherstellen. Das Einzige, was nötig ist, ist, dass du diesen Scherbenhaufen, den du empfindest in deinem Leben, den du vor dir siehst, dass du diesen Scherbenhaufen ihm zur Verfügung stellst. Und er wird aus diesem Scherbenhaufen dein Herz wiederherstellen. Vielleicht fühlt es dich nicht so schmurgelig und so glatt an wie vielleicht vorher, bevor all diese Dinge kamen. Aber es wird trotzdem ein Funkeln haben, was Menschen anziehen wird. Du wirst anderen Menschen helfen können, die mit ihren Verletzungen und mit ihren Schmerzen und mit ihrer Bedrängnis einfach nicht zurechtkommen und sagen, in meinem Leben ist nichts zu machen, da ist nur noch ein Scherbenhaufen. Der Herr möchte, dass du dein zerbrochenes Leben in seine Hände legst. Und er wird dieses kostbare, funkelnde, strahlende Herz daraus wiederherstellen. Vom Anfang der Bibel, da lesen wir, euer Herz verzage nicht, bis zum Ende der Bibel, der die Nieren und das Herz erforscht, dass der Herr immer, immer an deinem Leben und an deinem Herzen interessiert ist. Er möchte dein Leben und dein Herz wiederherstellen. Vielleicht ist es die Botschaft heute für dich, die du hören musst, dass du nicht deinen Scherbenhaufen irgendwo versteckst, sondern dass du ihn ganz neu dem Herrn hinlegst. Dass du sagst, Herr, ich kann nichts damit machen, aber du bist an meinem Herzen interessiert. So steht es in deinem Wort. Und ich vertraue dir mein Leben, meinen Scherbenhaufen an, dass du etwas Kostbares, etwas Funkelndes, etwas Neues, etwas mit Bestand, mit Bestimmung daraus machst. Ich wünsche dir, dass du dich da auf den Weg machst, dein Leben zu öffnen und dem Herrn das ganz neu hinzulegen. Jesus ist der Herzenskenner. Er möchte, dass du in eine Wiederherstellung kommst, die nur er schenken kann. Gott hat mehr für dich.